Herzlich Willkommen bei Philips Gaming Muss man sagen, es gibt ja auch noch andere Filme Ich muss doch sagen, ne? Leid mir den Rest weg, wenn ich das in Ordnung nicht mache Ne, da wird nichts gecuttet Live und ungeschnitten Wir spielen heute wieder einmal Sniper Elite 3 Multiplayer Capture the Flag Und das mit mir wieder mal Den Philips und den Alex Sag mal Hallo Hallo Die Webgar, die gibt es in der zweiten Single-Kampagne-Mission ist, die zu spielen Stimmt Warscht doch nicht Hast recht Ich sehe nur, dass es keine Gegner gibt Aber warte mal Ja, wir sind zu viert Ja, Uwe ist nämlich ein Gegner-Team, genau Egal als wir, also komm Wir haben höchstwahrscheinlich den bestlaufenden, aufbremsenden Server von Sniper Elite 3 heute Abend Allerzeiten Den haben wir nämlich selber hochgeladen Der Rest war nämlich scheiße Das, also, ne Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wiss ich ohne Der ist da Ja Wir haben heute Für diesen Server Ein paar schöne, ähm Also wir haben ein paar was verboten Zum Beispiel Alle Sekundärwarten Wir rennen nur noch mit Scharfschützen Gewert Scheiße Äh, nur noch mit Scharfschützen Giganzen rum Und nicht mit Scheiße Da waren wir gerade mit Blödemine an der Flak Ich hab's noch nicht gesehen Oh, gedeppert Oh Dann wusste ich doch, dass da jemand gesehen hat Ja, bitte da hoch Da ist einer Betrefft doch eh nix Ich hab's nämlich blitzen gesehen Ach, wir müssten vielleicht noch dazu sagen Philipp und ich Wir spielen in einem Team Ach du Beschuss Und Ah, der Uwe Ich glaube, das ist dann sogar der Alex Das ist der Uwe Der ist nämlich heute Gegen uns Uwe, komm das raus Ah, und der... Ja, der Uwe hat mich schon noch getötet Ah, wie peinlich Uwe, komm das raus Das sind glaube ich zwei dort oben, wenn ich das nicht gesehen hab Das gibt's doch ne Sterb doch mal, Uwe Hä? Ja, hab dich erwischt, Philipp Ja, ich hab dich auch erwischt Ja, das zählt doch noch mehr Klar Ausgleich der Gerechtigkeit Nur der Tod ist ein feller Sinn Wir sind beide gestorben, richtig? Ah ja Na, siehste mal Fein gemacht Und ich kann hier wieder mal nicht ins Wasser springen Selbst als Gegner arbeiten wir noch zusammen Aber mit meinen Oberhemden ist grad nicht kalt hier in der Wüste Ja, na Nacht ist es bin ich durchgerissen Ich wollte meine Klamotten wechseln Ja Nach fünf Wettkampften kann man das mal machen Ich hab hier... Ich hab hier dieses... Dieses schöne SS-Grau genommen Damit hebe ich mich etwas von der Masse ab Na gut, Philipp ist tot, ich war's auch Hä, was war denn das jetzt? Was... Du spinnig, was... Du kannst die Fässer anschießen, die exportieren Achso Ja Ja Du hast wohl... Du hast wohl den Philipp mit so einem Fass getötet Nee, der ist wohl auch nicht Nee, der ist wohl auch nicht Nee, der ist wohl nicht Der ist wohl nicht Der ist wohl nicht Ich wohl nicht Ganz erschossen hat Und jetzt geh ich hinter dem stehenみたい und den kann die einfach schießen Jouhuhuuu es ist nicht laut du bist an mir vorbei geraten, ich hab dich auch keiner recht gesehen, dann wird schon entscheidend dann stand ich hinter dir auf dich geschossen und hinten ist auch nicht so recht getroffen ich hab getroffen aber war nicht tödlich du hast mir einen Balken abgezogen voll nubig oh warte mal kannst du mich wenigstens umdrehen lassen ich hab dich gerade gesehen wenn es muss man verdammt genau ziehen mit dem scheiß gewehr allerdings aber die flanke war grad schön wohl schlanken müssen drei leute einfach hier in der mitte geklotzt so philipp es sieht es aus wir müssen hier mal irgendwie die flanke uns holen in 5 minuten vergangenen wir haben uns einsteck ziehen mit erfüllt ich bin wo bist du eigentlich ach tot alles klar ich darf die ganze Zeit auf diesen Aussichtsposten links drauf ja wir müssen mal vor die Flacke, komm mal mit, komm mal mit auf meine Rüde wo bist denn du? ja da trefft man Alex im Übel nach dem Biddel und dann ja mann ich bin jetzt fast bei dem ihren flacke ja warte mal ich komme doch gleich ja wir müssen das zusammen machen und ich sehe sogar schon wieder an alles du machst du bist noch mal getötet habe ich zu spät gesehen da war dann noch zwei haben auf mich gerade gezielt da kann ich runterfallen was nicht für ein scheiß fehlkonstruktionen brücken können die ohne bauern du wirst ja ich warte mal auf dich wissen du das sage ich jetzt nicht ach warte mal ich glaube ich sehe dich warte mal ja alles klar ich beeile mich habe nur so einen alten opa als figur der kann ja so schnell rennen und dann macht die dünge nicht mehr mit der wahl war letztes aha genau der wahnsinn genau der hat den feld ja schon halber dunkflügel nur durchs rauchen und das ist ganz schädlich also liebe kinder nicht zu viel rauchen nicht zu viel im krieg spielen bist du da ich treffe den mit erst tot bis jetzt mal hier ja ich bin unter dir so komm raus du bist doch scheiße kann man da oben nicht drüber springen du kannst ja generell nicht springen in diesem scheiß spiel versuch mal im stand zu springen das geht nicht oder es ist einfach eine taste die ich nicht kann doppel doppelt leer taste doppelt leer ja ich drück doch die ganze Zeit bis zu früh wer ist nur noch überall drüben auf den anderen bergen sind auch immer von denen das schießspiel zeichnet geschaffen jetzt langsam müssen war andersrum mit der anderen Flanke bitte nicht weil die die kunden kämpfen dort in ihren spuren zu machen wir auf die müsse ich sitze mal in einem bunker mitten in berlin der zweite weltkrieg macht keinen spaß mehr er hat sich sogar fast gereimt ich glaube das ging wie anders schock in meinem bunker mitten in berlin schau blau eure kapseln und genug benzin mensch philipp ah so der poet weiß wieder wie es geht aha aha ist er nein nein das gibt es doch gar nicht vor allem gucke ich da einfach mal mit in der ecke ihr zweifel bekämpft euch ich guck mal zu vor allem treffe ich nie vor allem dann gehst du einfach in die andere richtung dann die ganze zeit in den rücken in den rücken ach doch da ist einer da liegt direkt einer auf der treppe den hab ich gar nicht gesehen läuft von hinten das ist noch irgendwo einer hä der hat uns gerade mit einer kugel getötet hä ist das ein ghost sniper da ist ja die ist gut danke scheiße ist der gut guck mal wie scheiße unser team ist 0 0 0 0 0 0 0 0 aber guck mal was ich für eine schöne karte habe durch den durch den Rücken ja wir spielen irgendwie allein hier philipp oder ich weiß nur was die anderen machen hallo spielt ihr mit oder was Das Spiel ist da ganz unten, der ist dreimal gestorben inzwischen. Hello, do you play with us? Sollen wir sprechen dich im Spiel? Do you play with us? Wie bist denn du durch England gekommen? Also du willst denn wissen, was ich in Counter-Strike manchmal für Sätze raushaue? Also ich dachte mein Englisch wäre scheiße, aber... Ach quatsch! Sorry, I'm from East-Deutschland, das ist mein anderer Spruch. Jetzt allerdings äffend und gut. Ja. Wurde angeschlossen. Au, aua, Uwe! Ne, das war's doch gar nicht. Ne, das war's nicht. Aber da saß ja irgendwo du immer sitzt. Ne, das war der Roman. Da haben wir das. Der Roman. Mann. Haha. Jetzt ist das ganz so aus, ich seh aber keine ähnliche Sau. Was ist denn hier? Geht ja auch nicht. Irgendwann kommt Schüsse. Ah. Aua, jetzt tötet mich hier irgendwas. Ach, ich will immer mit diesem Teich laufen. Wurde fallen. Ach, ich hab den Richard 98 erwischt. Beim Runner fallen. Ne, beim vorm Runner fallen. Ha. 210 Meter. Der hat's drauf. Dann denkst du mir wieder Deathmatch, obwohl das kein Deathmatch ist. Man braucht mal die scheiß Flagge. Dann das in den nächsten drei Minuten. Ja. Wenn der Typ da einfach mal länger sprinten könnte, ne? Unendliches Sprinten könnte ich eigentlich eingeben. Ich krieche jetzt einfach bis da rüber. Ach, selbst das funktioniert nicht. Uwe, bist du das? Was? Nein! Ich bin schon mal... Nein, ich bin nicht gestorben. Gott sei Dank. Ich hab nur mal Richard 98 erwischt. Danach auf dem Boden. Wieso? Ich weiß das ja nicht. So wie der Philipp gerade, ne? Ja, ich hätt schon gehofft, war der Philipp, aber... Oh, die Haare jetzt bei mir. Sebastian, nun mal so ne Statusbracher, wo bist du grad? Ich? Ne, sag ich jetzt ne. Bist du noch nähe der Flagge? Ne, selbstverständlich weit hinten. Ich weiß wo du bist. Ja, guck doch einfach her, du kannst doch sehen wo ich bin. Stimmt. Achja, Granaten hab ich ja ausverboten. Los. Ja, gut. Ah, scheiße, Achtung, da liegen überall neben. Und oben auf dem Berg ist der noch. Jetzt seh ich dich wieder schießen. Ich hab die ganze Zeit geguckt, wie der Sack ist. Hä, das gibt's doch ne... Sag mal, wo muss man denn die Gegner treffen, damit die sterben? Das verstehe ich auch. Ich steh vor dem, trefft der dreimal, aber der stirbt einfach nur. Da hast du vielleicht nicht getroffen. Aber ich, da wurdest du doch angezeigt, dass ich den getroffen hab. So. So. Sotter Hirsch. Alle auf dem Hirsch. Ich will den jetzt sterben sehen. Diese... Mistkröge hat mich schon so oft gekillt. Wird gemacht, Jeff. Von hinten! Uwe! Du scheiß Spawn-Camper! Du, du scheiß Spawn-Camper! Uwe ist bei uns hinten! Links! Wenn du spawnst! Jaja. Ich hab deinen... Ahja. Ich seh ihn sogar. Ah! Der hupft wie ein Häschen! Der hat Angst halt, der! Ja! Wird sie dir noch nen Kill verdienen? Oben in dem Haus, wo du gerade vorbeikopft bist, ist es nämlich immer von uns. Ne, nicht der! Der andere! Der andere! Oh, nein! Ha! Der andere! Ja, ich bin's wieder im Team! Ruhig! Ich bin's wieder im Team! Scheiße, Mann! Kein einziger hat die Flagge geholt. Wissen mehr, wohin es ja geht! Ja, du Capture deflext erst in diesem Spiel, weil du ihn langen rennen kannst. Ja, aber da muss man sich halt ein mittel decken gegenseitig. Das funktioniert schon. Man kann nur mal langsam capture. Was haben denn die anderen bei uns im Team gemacht? Null! 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 Der war die ganze Zeit... Der eine ist viermal gestorben! Ist doch ohne Leiste! Ja, Hermon! Blöd bei mir! Ist alles Frechdachse! Im Gegner-Team! Ja! Wir haben eigentlich... Wir beide haben eigentlich zusammen dieses Scheißspiel am Kacken gehalten! Ja, genau! Einen Kühl hat's gemacht! Und beide haben ja notdurchmarschiert! Ich bin halt heute mal die Gesperte! Cool! Starkes Team! Das war's für die heutige Folge! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss! 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 Tschüss!